In dieser Episode werden wir die Sub-Passes von unserem Render-Pass beschreiben. Sub-Passes sind einzelne Zeichenvorgänge, so kann man sich das vorstellen. Also wenn wir jetzt einmal die Szene rendern würden, dann könnten wir dann, das wäre dann ein Render-Pass, und stellt euch mal vor, ihr wärt in einem Ego-Shooter, dann wäre ein zweiter Render-Pass, zum Beispiel die GUI zu zeichnen, also es hat, um die HP und die Munition von eurer Waffe und so weiter darzustellen, das wäre dann ein anderer Render-Pass bei uns, oder ein anderer Sub-Render-Pass, Vorsicht, das ist ein Unterschied, bei uns brauchen wir aber nur einen Sub-Render-Pass, also Sub-Pass, deswegen reicht es hier einen einzelnen zu machen, aber wir haben die Möglichkeit mehrere zu machen, und den legen wir dann in den einzelnen Render-Pass rein, den wir dann später noch erzeugen werden. So, dann machen wir hier einen VK-Sub-Pass-Description, so, und den nehmt zum Beispiel mal Sub-Pass-Description. So, dann gucken wir jetzt mal rein, was da so drin ist. Das erste Flex, mal wieder Future Use, dann hier Pipeline-Bindpoint beschreibt, was unser Sub-Pass eigentlich ist, und zwar müssen wir, das ist momentan noch der Fall, auf jeden Fall auf Point Graphics stellen. Später soll es noch möglich sein, auch irgendwann mal in Vulkan einen Compute-Shader zu schreiben, also einen Shader, der nicht wirklich ein Bild berechnet, sondern Number Crunching macht. Der kann dann große Matrizen zum Beispiel irgendwie miteinander multiplizieren und so weiter, aber momentan ist wirklich nur Graphics hier unterstützt, deswegen werden wir das auf Graphics hier stellen. Dann Input-Attachments haben wir momentan keine, das sind dann also Sachen, die hier irgendwie in unsere Shader reinfließen, aber wenn wir gucken, unser Shader.word, der hat keinerlei Input wirklich, wir haben das ja hier hart gecodet, schon alleine die Vertices, deswegen wird das hier auf Null gestellt. Dann Color-Attachment, das ist das Attachment, welches wir gemacht haben. Da müssen wir angeben, wie viele wir haben, und ein Pointer auf dieses Array, bei uns ist es kein Array, bei uns ist es ein einzelnes Element, aber das geht dann trotzdem, wenn wir die Speicheradresse holen. Dann gibt es noch hier Resolve-Attachment. Resolve-Attachments werden benutzt, um Multi-Sampling zu machen, also für Anti-Lasing ist es gut, brauchen wir auch nicht. Dann Stencil- und Depth-Attachments haben wir auch nicht, und Preserve-Attachments haben wir genauso wenig. Preserve-Attachments sind Attachments, die wir zwar in diesem Sub-Path nicht direkt selber benutzen werden, aber deren Daten bitte trotzdem weiterhin erhalten bleiben sollen. So was sind dann hier Preserve-Attachments. Gut, stellen wir das mal einfach nacheinander hier ein. So, rein kopieren, so wie immer, ups, und dann Sub-Path-Description-Punkt, und dann Flex hier, wie gesagt, ist Null. Dann das Pipeline, hier müssen wir stellen auf VK-Pipeline-Bind-Point-Graphics. Dann Input-Attachments haben wir, wie gesagt, keine, deswegen auf Null. Und das hier dann auf Null-Pointer. Dann eine Color-Attachment haben wir, und hier sollen wir jetzt einen Pointer reingeben auf unser Reference. In unserem Fall ist es dann einfach die Speicheradresse von Attachment-Reference. Könnte natürlich hier auch wieder ein Array sein, dann müssen wir halt hier oben angeben, wie viel es ist. Hier jeweils immer Null-Pointer, haben wir nämlich nicht. Null-Pointer, da haben wir Null, und hier auch wieder Null-Pointer. Und dann haben wir hier unseren einzelnen Sub-Path beschrieben. Wenn wir mehr hätten, dann könnten wir das noch in anderen VK-Sub-Path-Deskriptoren machen, und wenn wir dann den Render-Pass tatsächlich erzeugen, können wir auch da wieder angeben, okay, wie viele haben wir, und die müssten dann in einem Array sein. Gut.